Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe jetzt gerade der Kollegin Thomas Selly aufmerksam zugehört und sie hat darüber gesprochen, dass sie erschüttert ist aufgrund der Vertrauenskrise, die es gegenüber der Politik gibt. Naja, dann liegt es an den Grünen, diese unzählige Regierung sofort zu bänden, den Weg für Neuwahlen freizumachen und diese korrupte ÖVP einmal in die Politpension zu schicken. Solange die Grünen bei diesem Spiel mitmachen, sind sie Teil der Vertrauenskrise. Das muss man hier auch ganz klar sagen. Ja, dann habe ich auch noch dem Kollegen Hanger zugehört und der hat irgendwas erzählt, von wegen es hätte eine dünne Mappe gegeben heute für den Herrn Ebner. Naja, diese dünne Mappe zeigt genau das Selbstreflexionspotenzial der ÖVP. Nur weil die ÖVP eine dünne Mappe hat, heißt es nicht, dass hier keine Fragen zu stellen wären. Ich habe jetzt nur die Überschriften von unserem Befragungsplan für den Herrn Ebner da mitgebracht. Also das ist natürlich einmal interessant, was er zu den Gläubmüller-Chats weiß. Es ist interessant, was er zu dieser Aktion Schutzengel weiß, wo Landesgelder im Prinzip eigentlich ständig für die persönliche Werbung der Landeshauptfrau Mikl-Leitner verwendet werden. Natürlich gibt es Berührungspunkte zur Hygiene Austria. Interventionen beim ORF Niederösterreich, das ist etwas, was überhaupt noch niemand irgendwie gefragt hat. Und schlussendlich auch das Projekt Ballhausplatz und der österreichische Integrationsfonds. Ich weiß nicht, warum die ÖVP eine dünne Mappe hat. Wir haben jedenfalls keine. Ja, aber zurück zum Hauptgast des heutigen Tages, zum Herrn Bundeskanzler Nehammer. Also ich möchte den heutigen Tag vorbereitet haben. Ich habe immer so ein Lied im Hinterkopf gehabt und so. Ich weiß nicht, die Älteren herinnen werden es vielleicht noch kennen. Und zwar, das heißt, es ist von der ERV und heißt, küsst die Hand, Herr Kerkermeister, ich bin wieder da. So kommt es mir heute auch vor. Wir haben den Herrn Bundeskanzler, glaube ich, jetzt zum vierten oder fünften Mal im Untersuchungsausschuss. Und ja, er ist nicht Dauergast in diesem Knast. Aber es ist doch interessant, dass wir so viele Fragen an den Herrn Bundeskanzler zu richten haben. Und er ist auch vollkommen gerechtfertigt zum wiederholten Male da. Es hat sich vor allem seit seiner letzten Befragung einiges getan. Es geht mit der ÖVP steil bergab. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die Türkisen plötzlich wieder emporkommen. Also was jetzt was verursacht hat, weiß ich nicht. Das wird sich vielleicht auch heute im Zuge der Befragung noch ergeben. Aber jedenfalls ist eines klar, der Herr Bundeskanzler Nehammer ist sowohl schwarz als auch türkis, als auch schwarz als auch wiederum türkis. Und genau deswegen für uns eine wichtige Auskunftsperson. Er war in den Jahren von 2018 bis 2020 Generalsekretär. Und es wäre lebensfremd anzunehmen, dass nicht die eine oder andere Grauslichkeit auch über seinen Schreibtisch gegangen ist. Passend zu Fußball, wem ist er dem Herrn Bundeskanzler, dem jetzigen Bundeskanzler Nehammer ja, auch so eine Art Fußballerschicksal passiert. Er ist von der Reservebank auf einmal zum Teamkapitän aufgestiegen. Und hat jetzt natürlich auch zu verantworten, was mit der ÖVP gerade wiederum passiert. Ich habe vorher über die mangelnde Selbstreflexionsmöglichkeit der ÖVP gesprochen. Und genau dafür ist dieser Bundeskanzler auch verantwortlich. Und wenn wir in der Fußballsprache bleiben wollen, dann kann man durchaus davon sprechen, dass er sich zwei Spieler zurückgeholt hat, die eigentlich mit einer roten Karte ausgestattet waren. Das eine ist Arno M., der berühmte Schreddermeister, der mittlerweile sogar in zwei Kabinetten der ÖVP einen Posten hat gleichzeitig. Und das andere ist der bereits vorher auch erwähnte Herr Fleischmann, der ein Mitverantwortlicher war für das Beinschap-Tool. Das darf man doch nicht vergessen, dieses Beinschap-Tool. Und all die Machenschaften rund um Meinungsforschung und so weiter, wo sogar die Frau Kamersin, wo gestern bekannt wurde, dass die Frau Kamersin sogar angeklagt wird. Also der war da mit dabei, der hat das mitentwickelt. Also wenn man Inseratenkorruption und Message-Control unter einem Namen subsumieren möchte, dann ist das natürlich der Herr Fleischmann. Und wenn man solche Leute ins Team zurückholt und wenn man dann sozusagen damit die Message-Control 2.0 starten möchte, naja, dann hat man offensichtlich nicht so recht viel aus der Vergangenheit gelernt. Ich möchte wissen, was es für einen Aufschrei gäbe, wenn andere Parteien solcher Leute reaktivieren würden, wo noch sehr, sehr viele Dinge im Umklaren sind, wo noch sehr, sehr viele Dinge aus meiner Sicht auch rechtlich aufgeklärt werden müssen. Was werden wir heute den Herrn Nehammer fragen? Wir werden uns natürlich über seine undurchsichtige Rolle beim mittlerweile sehr berühmt-berüchtigten Nischenmagazin Österreich sicher befragen. Seit seinem Amtsanträge als Innenminister ist er dort in nahezu jeder Ausgabe mit einem Jubelartikel vorgekommen oder es gab auch Interviews gemeinsam mit dem Herrn heutigen ÖVP-Chef Marau. Also ein sehr, sehr interessantes Medium, das man da aus der Taufe gehoben hat und man hat wirklich sehr, sehr viel Geld dort auch investiert. Und es stellt sich natürlich für uns die Frage, welchen Sinn ergibt es am Ende des Tages so viel Geld in ein Nischenprodukt hinein zu buttern. Und interessant auch immer noch die zentrale Aussage des ÖVP-Obmannes von Wien, des ehemaligen Polizeigenerals Mara, der dem Bundesministerium für Inneren Ressier damals zugesichert hat, volle redaktionelle Einflussnahme ausüben zu können. Und ja, ich glaube, das ist der springende Punkt. Und da muss man sich jetzt anschauen, gab es vielleicht auch Kickbacks aus dieser Sache heraus und so weiter und so fort. Also das wird alles hochinteressant. Wir haben vor einigen Monaten auch eine Strafanzeige bei der WKStA dazu eingebracht. Den Stand kenne ich momentan nicht, aber vielleicht gibt es auch dazu was Neues. Ein weiterer Themenkomplex, den wir den Herrn Bundeskanzler auch fragen wollen, ist jener um dieses Geisterbesucherzentrum, das wir im letzten Untersuchungsausschuss schon herausgearbeitet haben. Auch da gibt es ja Mutmaßungen, dass ARNOM gerade die Leitung dieses Besucherzentrums bekommen hätte sollen. Man hat Konzepte gemacht, es hat wirklich sehr viel Geld gekostet. Fakt ist aber, dass es dieses Besucherzentrum, das Besuchermanagement gar nicht gegeben hat. Und generell noch einige Fragen zu ARNOM. Also wenn jemand im eigenen Antrieb, zumindest ist es uns so erklärt worden, im Bundeskanzleramt Festplatten zusammensammeln kann, die er dann ohne weiteren Auftrag zur Firma Reiswolf bringt, die dort vernichten lässt das Ganze unter falschem Namen und dann vergisst die Rechnung zu bezahlen, dann ist es für mich per se einmal jemand, der vielleicht im Vertrauensindex auch eher weiter unten ist. Und warum genau so jemand jetzt gleich zwei Kabinettsjobs direkt im Bundeskanzleramt, einmal bei Nehammer selbst und einmal bei der Staatssekretärin Plackholm erhält, das muss man uns erklären. Oder man sagt, wie es vermutlich ist. Das ist einfach die Belohnung für die treuen Daten von ARNOM. Aber da muss man es auch einmal klar sagen und muss auch hier einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Als andere wäre unter dem Titel originelle Personalpolitik zu subsummieren. Ja, es wird dann noch um diverse Interventionskausen bei der Polizei gehen, die den Steuerzahler schlussendlich zu stehen kommen, weil halt dann schlussendlich Besetzungen vorgenommen worden sind, die am Ende des Tages in Diskriminierungen gemündet haben. Ja, und wie gesagt, zum zweiten Gast des heutigen Tages habe ich bereits einiges erwähnt, der Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, der Herr Ebner. Wie gesagt, auch da wird es ein bisschen ein Wetterleuchten geben für die morgige Befragung gegenüber der Frau Landeshauptmann Mikl-Leitner. Gibt es Fragen Ihrerseits? Dankeschön.